So, people, I'm in Sweden. Das heißt, der Vlog geht jetzt hiermit los. Das ist die offizielle Nachricht. Ich muss das hier irgendwie befestigen. So beginnt irgendwie immer jetzt mein Vlog. Ich muss irgendwas befestigen oder so. Heute mit Brille, weil ich die Kontaktlinsen nicht mehr reingehen wollte, weil ich Kontaktlinsenflüssigkeit vergessen habe und nur noch Wasser hatte. Und ich so, das geht nicht mehr. Es tut so weh. Aber jetzt sind wir hier mal in Schweden. Meine Mutter im Hintergrund. Und jetzt wird gegrillt. Es wird gegessen. Es ist ein richtiger schwedischer Sommer. Ich werde auf jeden Fall später euch noch zeigen, wie hell es immer am Abend ist. Es ist richtig hell am Abend. Wir haben strahlenden Sonnenschein. Also es ist wirklich so idyllisch hier. Vielleicht muss man so Instapixel machen. Das habe ich letztes Mal zwar auch gesagt und nicht gemacht. Aber es ist richtig schön hier. Und ich werde euch jetzt auf jeden Fall zeigen, was wir hier essen werden. Und ja, das ist okay. Mit den Autos war es nicht so schön. So, ich würde sagen, ich update euch. Und jetzt haben wir hier, das wird halt gegessen. Wir machen Hamburgers. Dann machen wir, das ist Salat. Das ist so ein Melonensalat. Da haben wir auch Melone. Ach so, da sitzt eh nichts drauf. Ich dachte, da sitzt gerade eine Fliege drauf. Dann haben wir hier so, okay, so eine Soße. Dann haben wir Käse. Ich möchte unbedingt noch irgendein Gemüse. Aber Gemüse ist in unserer Familie nicht so beliebt. Zumindest ist es nicht bei meinem Bruder. Der isst nicht mal Gemüse. Genau. Und das ist super spannend. Und zwar war das gestern so, die haben wir zum ersten Mal gegessen. Und zwar sind das eben so Kartoffeln, die mit ganz viel Salz gekocht werden. Kann ich euch echt empfehlen. Und dann werden die eben so schrumpelig. Also es gehört so. Das sind keine alten Kartoffeln. Und die werden dann eben, die sieht man eh da ein bisschen so. Also es ist dann eben so Salz obendrauf. Und das schmeckt wirklich voll, voll gut. Das heißt, es sind so gesalzene Kartoffeln. Voll, voll gut. Also es ist eine große Empfehlung. Das haben angeblich, als meine Mutter erzählt, das haben angeblich die, wie heißen die, die Bootmenschen. Oder die, wie heißt man, Piraten waren es nicht. Aber halt so Menschen, die auf dem Boot gelebt haben, haben eben so ihre Kartoffeln gekocht. Weil es gab halt nur das Wasser vom Meer. Und deshalb sind die dann so geworden. Aber es ist auf jeden Fall richtig, richtig nice. Genau, das heißt, ich zeige euch noch den Grillplatz. So, da haben wir die Selma. Selma! Jo, ich will auch dabei sein. Sie ist jetzt schon eine ältere Dame. Sie ist jetzt neun Jahre alt. Selma! Jo, so eine Süße bist du. So, hier haben wir jetzt diesen Grillplatz. Hier wird das hier jetzt alles aufgelegt. Das heißt, Mais haben wir auch. Also wir haben wenigstens das, das Gemüse. Dann haben wir eben so einen Käse. Und dann eben halt so Fleisch. Ja. Das ist also... Aber es sieht so richtig, finde ich, so hübsch aus, dieser Grillplatz. Sieht so sehr idyllisch aus. Wieso? Es erinnert mich so ein bisschen an diese... Wann war das? In der Steinzeit? Da hatte man ja immer so Grillplätze damals. Da hat man ja sehr viel gegrillt, weil es gab ja keine Küchen. Haha. War ja so. Aber auf jeden Fall sieht sehr, sehr idyllisch aus, finde ich. Ja. So, jetzt mache ich hier Marengeswisse. Swisse? Swisse. Und da schneide ich jetzt gerade so die Erdbeeren und Tomaten. Ich hoffe, das ist hier mal alt. Ja. Ja, wie nennt ihr den? Wenn ihr das mal sehr bemüht? Nein, das kann man nicht. Okay. Und da schneide ich jetzt eben gerade die, ähm... Wir haben also drinnen haben wir Banane, Erdbeeren, Glas und... Glas kann ich ja nicht sagen. Und Eis. Eis hat mit drinnen. Es ist schwer, wenn man zwei Sprachen spricht. Und, ähm... Schlagerbuss. Und Schlagerbuss, genau. Also Sahne auf Deutsch dann. Und genau, das werden wir jetzt alles hier zusammen mischen. Und dann werde ich euch natürlich auch noch zeigen, wie es am Schluss ausschaut. So, meine Lieben, so sieht jetzt das Resultat aus. Wir können so ein bisschen in die Sonne stellen. Obwohl, da sieht es ja gar nichts mehr. Und ich auch nicht. So sieht das jetzt eben aus. Ähm... Und da ist jetzt eben Erdbeeren, Banane, eben... Und das wird dann alles in so einen Haufen geschmissen. Und das ist richtig, richtig lecker. Wenn ihr was im Hintergrund hört, das ist meine Mutter, die jetzt unbedingt hier das fertig machen muss. Ähm... Und so sieht das auf jeden Fall aus. Das schmeckt wirklich, wirklich gut. Achso, Marengen. Also das ist dann... Äh... Was ist das? Das ist also... Wie heißen die? Die man zu Weihnachten in Österreich, weiß ich zumindest, die hat man manchmal zu Weihnachten... So Eischaum. Aber es ist nicht ganz Eischaum. Also weißer... Eiklar ist das dann. Die man dann... Eiweiß und Zucker. Ja, so Eiweiß. Also so getrockneter Eiweiß. Also das ist kein... So ein... Also so gebacken... Ich hab keine Ahnung, wie man das macht. Aber, ähm... Genau. So sieht das auf jeden Fall aus. Ich werde das jetzt essen. Und yes! Ich hab keine Ahnung, wie man das macht. Ich hab keine Ahnung, wie man das macht. Ja, das war richtig. Pass ist das. Pass. So, dann. Ja. Joghurt. Va? Joghurt. 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 Vit. 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 Som vår flagga. Vit som vår flagga. Och vårt hav är blått som vår flagga. Finland. Nej, kom inte kvar. Pass. Greta var det. Nej. Kan det här vara vad som helst, alltså? Du vet inte. Det kommer du inte komma på. Pass. 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 Boguette, 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 Boguette. So, meine Lieben, und zwar, ich habe euch ja versprochen, dass ich euch noch update, und zwar, wie hell ist es noch in der Nacht? Wir haben jetzt, oh Gott, die Kamera ist irgendwie so weiß. Ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Okay, da ist irgendwas, das muss ich dann wegmachen. Ähm, das ist jetzt dabei so, ich hoffe, es geht. Ähm, und zwar, wie, wie hell ist es noch am Abend? Und zwar, wir sehen hier, es hat jetzt gerade, es ist elf, es ist elf am Abend und das ist hier der Standpunkt. Also, es ist so wie bei uns am Mittag ungefähr. Also, es ist halt die ganze Zeit hell in Schweden. So, meine Lieben, jetzt ist es Zeit wieder beim Essen. Ich habe das Gefühl, Essen und Autofahren ein bisschen, ist so ein bisschen das Ding. Ich meine, wir haben bis jetzt noch nicht im Auto so viel, aber auf jeden Fall. Das ist es jetzt mal, ähm, unsere Vorspeise. Es ist immer alles so gemütlich und schön. Ich finde, das ist, das ist halt meine Mutter. Es ist halt immer alles sehr, sehr gemütlich. Und hier in Österreich ist es so ein bisschen anders. Da lege ich nicht so großen Wert drauf, einfach. Ähm, aber ich finde das auf jeden Fall sehr schön. Das ist Knoblauchbrot, das ist Melone, das ist Käse. Äh, das ist, ähm, Tomaten und das sind halt so Salami, wie man sehen kann. Aber auf jeden Fall, wir werden das jetzt auf jeden Fall uns jetzt gut schmecken lassen. Im Hintergrund läuft Fußball. Ich hoffe, dass ich dafür kein Copyright bekomme, weil ich meine, Fußball ist heute Abend. Für sie ist ja keine Musik. Also, aber auf jeden Fall, so sieht es aus. Sehr, sehr schön. Da draußen liegt die Selma. Ist auch immer dabei. Und yes. So, jetzt ist es hier ganz spannend und zwar mit dem Bruder. Macht hier irgendwas mit der Butter. Ich glaube, er macht so kleine Röllchen oder eine Blume. Was wird es? Eine Blume. Eine Blume? Eine Rose? Hm. Für deine Freundin? Oder für dich selbst? Ja, nein. Das ist die Rose schon fertig. Braucht ihr noch ein paar Blätter, nicht? Natürlich noch ein paar Blätter, warum? Da, da kommen noch welche Blätter. Ja. Sehr, sehr spannend, das Ganze hier. So sieht das jetzige Resultat aus. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Hast du es schon mal gemacht? No. Nicht? Okay. So. Also in der Kamera, in echt, sieht es ein bisschen anders aus wie in der Kamera. In der Kamera habe ich das Gefühl, es sieht besser aus. Schauen wir, wie sein Werk am Ende wird. Ich zeige es euch dann. Und zwar, wie ihr sehen könnt, bin ich da im Espressohaus und gönne mir gerade so einen Frappuccino, hat mein Bruder mir eben gerade gesagt. Und der war echt, echt gut. Ich habe den auch getrunken und der hat halt wie eine kalte, beziehungsweise wie eine kalte Schokolade. Also es war jetzt nicht sozusagen super aufregend, aber es hat auf jeden Fall geschmeckt. Es hat sicher genug Zucker gehabt. Also ich war da sicher für den ganzen Tag. Gut gezuckert. Aber auf jeden Fall, da seht ihr, da waren wir eben im Espressohaus. Aber wie gesagt. So, hallo meine Lieben. Und zwar, wir sitzen gerade im Auto. Ich weiß, das Hintergrundgeräusch ist vermutlich sehr, sehr mühsam. Und zwar ist es aber die Ventilation. Es ist ziemlich warm in Schweden. Man glaubt es kaum, aber es ist wirklich warm. Und zwar, wir sind gerade auf dem Weg zu einem Theater, was ja zu mir sehr gut passt. Für die, die es nicht wissen, ich studiere Schauspiel. Und da fahren wir jetzt eben zu einem Theater. Meine Mutter war so sweet und hat das für uns gebucht. Sehr, sehr, sehr süß. Und da fahren wir jetzt eben hin. Und ja, ich weiß nicht, ob ich dort filmen darf. Das werden wir dann sehen. Dann kann ich euch ja so kurz vielleicht ein Clip so eindingsen. Und ja, wenn ihr in der Hand gesehen habt, das war meine Mutter, die will immer der Weißer. Und so sieht auf jeden Fall die Aussicht aus. Wir fahren ja wieder mal durch den Wald. Wir sind jetzt wieder in Nordschweden. Das heißt, es ist sehr, sehr viel Natur. Aber es ist wirklich schön. Vielleicht da, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber so. Sie haben ja wahrscheinlich nur den Lastwagen gesehen. Aber es ist wirklich sehr, sehr schön. Und heute, das wollte ich euch eigentlich hier updaten. Und zwar ist es so, dass ich meine Make-Up-Pinsel vergessen habe. Und deshalb habe ich jetzt fast jeden Tag einen Look, entweder nur so Mascara und Lippen. Oder einfach nur gar keine Mascara und nur Lippen. Weil ich die heute einfach vergessen habe. Und das ist so ein bisschen mühsam. Ich habe jetzt welche bestellt. Ich warte die ganze Zeit schon, wann sie kommen. Ja, das ist so ein bisschen mühsam. Und deshalb ist es jetzt immer so ein Look. Also wir haben jetzt immer so einen Sommer-Natural-Wie auch immer man das nennen möchte. Und ja, aber wir fahren jetzt auf jeden Fall dorthin. Und ich werde euch das natürlich dann auch, wenn es geht, zeigen. Und jetzt ist es so, dass wir hier auf Backe stellen sind. Das heißt, das ist so ein Strand. Ich will nicht zu viele Leute filmen. Das ist vielleicht nicht so sympathisch. Vor allem alle sind natürlich im Bikini und so. Aber auf jeden Fall da. Ich möchte euch unbedingt das Wasser zeigen. Ich warte nur, bis die Person im Wasser ist. Dass dann natürlich nicht zu viel gefilmt wird. Aber das ist eben hier. Hier haben wir als Kind, ich und mein Bruder haben hier als Kind schon gebadet. Und zwar, wir haben hier so ein Sommerhaus oder wie man dazu sagen möchte. Man sagt immer Stöger in Schweden. Also Hütte, so eine Sommerhütte. Und das ist jetzt eben so, dass wir da immer hier gebadet haben und so. Seitdem wir klein sind, jetzt. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht so ein Bademensch. Also ich versuche es immer. So sieht jetzt das Wasser aus. Also ich muss jetzt dazu sagen, ich bin einfach nicht so ein Bademensch. Ich versuche es zwar immer wieder, aber irgendwie. Vor allem, ich möchte halt immer, dass es so warm ist. Und hier in Schweden ist es natürlich viel, viel kühler. Wie jetzt in Deutschland oder in Schweden. Äh, Schweden sei schon, in Deutschland oder in Österreich. Aber genau, das heißt. Aber es ist sehr, sehr schön, dass es eben ein See. Ich weiß gar nicht, ob der so künstlich gebaut wurde. Oder ob es den die ganze Zeit schon gab. Weil manchmal graben sie ja das aus und machen ihn so künstlich. Das weiß ich bei dem jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall ist es sehr, sehr schön. Also ich finde es sehr, sehr nett. Und ich glaube, ich habe keine Ahnung über die Wasserqualität. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt gerade so interessant für mich war. Aber ich habe jetzt gerade so überlegt, ähm, die Wasserqualität. Ja, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr cute. Und ich werde jetzt dann vermutlich ins Wasser gehen. Aber mir ist ein bisschen kalt. Also kalt nicht, aber so ins Wasser, das ist halt sehr, sehr frisch. Also ich weiß nicht, ob ich mit dem ganzen Körper reingehe. Manchmal reicht es mir wirklich nur, wenn ich mit, ähm, mit den Füßen oder so reingehe. Und da ist auch auf jeden Fall auch so Sand. Also wir haben auch wirklich so, es ist so ein Sandstrand dann halt. Hier ganz klassisch, meine Mutter Birkenstock. Wir haben hier sponsored by Birkenstock. I wish. Nein, aber, äh, genau. Und, okay, das heißt, das ist auf jeden Fall der Strand. Und, und genau, das wollte ich euch auf jeden Fall ein bisschen updaten, dass wir jetzt gerade hier sind. Das sind, ich bin, ich weiß, meine Vlogs sind so ein bisschen super durcheinander. Also ich bin nicht die beste wahrscheinlich Vloggerin. Aber ich gebe mir Mühe, ich möchte auf jeden Fall euch so ein bisschen einen Einblick geben, wie es einfach so ist, so die Tage hier und, also beziehungsweise die Wochen, weil ich bin ja Wochen hier. Und, äh, das ist so ein bisschen der Sinn immer des Vlogs. Und, ja, einfach das auch so ein bisschen daran so zu denken. Genau. Und, ähm, let's the beach. So, und weil es natürlich nicht anders sein kann, habe ich, obwohl ich mich sogar erinnern kann bei der Pink Company, dass die Musik so laut war, habe ich voll vergessen Copyright. Und wie ihr sehen könnt, ihr seht so ein bisschen, ich quatsche da jetzt gerade so und zeige euch auch die Badewanne. Ihr könnt es gerne mal auf Instagram durchstöbern. Da habe ich auch schon ein paar Beiträge zu der Pink Company gepostet. Und jetzt kommen wir dann auch zu den Pancakes, und zwar die Pancakes. Ihr sehen könnt, ich habe eine, also die Pancakes bestellt und eben einen Milchshake in Erdbeergeschmack und, also die Pancakes waren traumhaft. Also sie haben wirklich so gut geschmeckt, wie sie ausgeschaut haben. Ich meine, das Aussehen war echt, ich war echt geflasht. Also ich habe noch nie so schöne Pancakes gesehen. So, meine Lieben, jetzt ist es so, also wie, wenn ihr das nicht verstanden habt, ich bin jetzt in Stockholm und, okay, das war gerade eine Werbung, die ich euch hier gezeigt habe, aber also so, es ist eine Mall hier, mit so Gewandgeschäften und so, aber es ist voll, voll cute. Es ist wirklich ganz süß gemacht, finde ich. Es ist auch irgendwie so eine entspannende Stimmung hier, wo ich glaube, ich bin die einzige Person, die gerade so laut redet. Da haben wir auch so ein Lakritzegeschäft. Ich mag keine Lakritze, aber es ist trotzdem voll, voll cute. Es ist sehr, sehr süß gemacht, muss man echt sagen. Es ist wirklich süß, alles hier und, ja, ich werde schauen, vielleicht finde ich ja irgendwas, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht. So, meine Lieben, ich wollte nur kurz updaten und servicen jetzt gerade und zwar gehen wir jetzt gerade hier in der Stadt. Ich möchte nicht so viele Leute finden, aber es ist richtig, richtig cute hier. Es regnet, also wir sehen ganz viele Leute am Regenschirm, ich auch, weil es regnet, es regnet, es ist nicht zu stark, weil es richtig geregnet ist, wenn es jetzt die Straßen sind, ich habe natürlich auch meine Schuhe, aber das ist halt so, aber es ist richtig, richtig schön. Stockholm ist echt schön, kann ich euch echt empfehlen. So, meine Lieben, jetzt ist es so, dass wir hier, jetzt ist gerade schon das schiere Wasser hier, es ist gerade nicht so schön, aber es ist sehr, sehr schön hier. Also, ihr seht jetzt gerade wirklich im Zentrum Fokons, also es ist eben hier beim Wasser und hier fahren halt auch viele Boote, das Boot, was gerade so entgegenkommt, das ist das, was wir jetzt nehmen werden, damit werden wir jetzt fahren. Also es gibt eben in Schweden nicht nur so Straßenbahnen, U-Bahn und sowas, sondern eben auch Boote, mit denen man fahren kann und ja, also es ist auf jeden Fall, es ist sehr, sehr, sehr schön hier und es ist, ja genau, und da fahren wir jetzt, da sieht man eh, da stehen auch ein paar Boote, also wir werden jetzt mit dem Boot fahren. So, meine Lieben, jetzt sind wir mit dem Boot gefahren und sind hier jetzt angekommen, so wir können jetzt ein bisschen besser sein, mit dem Boot hier sind wir gefahren und ich meine, ist das nicht eine tolle Aussicht, obwohl es regnet, es ist echt, echt wunderschön und da zu diesem Bootenhaus, da zahlen wir hin und es ist richtig, richtig hübsch, voll, voll schön. Ach Gott, ich weiß gerade gar nicht, wie ich beginnen soll. Ich habe keine Ahnung, ob das in den Blog reinkommt. Normalerweise bin ich so, sehr so. So, da wollte ich euch noch kurz zeigen, das sind die beiden Hunde und zwar das eine ist ein kleines Bibi. Buse, Buse, ja Buse, Buse. Und das ist sehr, wenn ihr meine vorigen Vlogs schon gesehen habt, war der letztes Mal auch dabei. Ist ein ganz süßer, natürlich etwas genervt von dem kleinen Scheiße hier, aber ja, sehr, sehr, sehr cute. Ich wollte euch das nur zeigen und hier auch mal kurz den schönen, schönen, schönen Ausblick. Richtig, richtig schön. Ja, genau. Hello, my friends. Und zwar wollte ich euch ein bisschen updaten, ich weiß, dieser Lippenstift machen meine Zähne sehr, sehr gelb. Ich finde, ich weiß nicht, heute bin ich generell, I'm not feeling the look, no, I'm not. Es sieht sehr gelb aus, es ist ja diese schwarze Zähne. Okay, wir achten nicht auf die Zähne, auch wenn ich jetzt gerade voll Aufmerksamkeit auf die Zähne gemacht habe. Nein, ich wollte euch eigentlich nur so ein bisschen updaten, was ist jetzt so passiert, was ist der Standpunkt. Also ich bin natürlich noch immer in Schweden, aber ja, was ist alles passiert? Ich habe, ähm, ich war in Stockholm, da habt ihr auch ein paar Teile gesehen. Ich werde jetzt vermutlich, also so wie es jetzt aussieht, fahre ich nach Jävle, ähm, das ist auch so eine Stadt. Ich finde auch mein Make-up, ich sehe so crusty aus. Und hier bin ich ganz schwarz, was habe ich denn gemacht? Wie habe ich nicht heute geschminkt? Leute, was ist heute passiert? Ich schaue richtig schlimm aus. Ähm, und dann auf jeden Fall, okay, die Perspektiv bin ich besser. Ich glaube, ich habe da Lidschatten runtergeschmiert. Manchmal bröselt das ja runter und dann verschmiert das so. Ähm, und genau, das heißt, ich habe jetzt eben, ich bin jetzt dann derweil hier und dann fahre ich eben runter. Das heißt, ich fahre dann nach Jävle, heißt das. Das ist so eine kleine Stadt, dort wohnt mein, also wohnt so Familie von mir. Äh, dass ich dort dann vorbeischahe und dann am Freitag will ich ja nach Uppsala wieder, dort wo ich früher gewohnt habe. Und das ist auch so crusty, das ist so ein Likolipsic. Ich packe da dann später einen Gloss drüber. Der ist, der ist nämlich schon ein bisschen so eingetrocknet gewesen. Und dann habe ich diesen Trick gemacht, wo man ein bisschen Öl reinpackt. Und ähm, der wird ja wieder ein bisschen flüssig. Aber ich glaube, der lebt nicht mehr lang. Und auf jeden Fall, dann habe ich, ähm, ach Gott, jetzt, wo bin ich denn jetzt? Äh, und dann, dann möchte ich ihm nach Uppsala und dann ihm noch die letzten zwei Tage in Stockholm. Das ist so ein bisschen der Plan momentan. Ich würde so gern nochmal zu Pink Company gehen. Hm, aber ich glaube, meine Mutter hat keine Lust. Aber ich würde dort urhe gern hingehen. Das ist voll süß, dieses Café. Vor allem würde ich da gern noch, da würde ich gern so, weiß ich nicht, so einen ganzen Tag dort verbringen. Oh Gott, ich fand das voll cool. Ähm, wenn ihr da mein Instagram-Picture und so gesehen habt, ähm, then you know. Aber es ist richtig cool. Ähm, und er war ja auch im Vlog dabei. Und sonst, genau, dann fliege ich zurück und dann muss ich arbeiten, dann Videos filmen. Es ist, äh, es ist euch vielleicht aufgefallen, es sind dann länger. Wenn das hochkommt, ach Gott, ich weiß nicht, wann das alles hochkommt. Dann wird wahrscheinlich, ist wieder mein, äh, Upload-Schema sozusagen normal. Aber momentan war es halt echt schwer. Aber ich meine, äh, es ist viel Arbeit und so. Das heißt, auf jeden Fall, dann fahre ich wieder zurück arbeiten. Aber jetzt habe ich noch, fünf Tage habe ich noch und dann geht es schon wieder zurück. Ähm, ja, ich bin eh excited, aber auch nicht. Ich weiß nicht. Also, es war irgendwie, es war schon Urlaub, aber irgendwie ist es doch dann immer, wenn du wo wegfährst, nicht in deinem Bett schläfst und so. Es ist halt nicht ganz entspannend. Und, äh, das habe ich halt einfach gemerkt, ja. Sieht aus, seit ich, ist so trocken heute. Ich glaube, ich habe irgendwie, aber es ist, das Problem ist, Make-up ist urwichtig, was für ein Licht du hast, wenn du dich drin schminkst. In diesem Badezimmer, was wir hier haben, das ist so dunkel. Ich sehe, ich sehe nicht, was ich mache. Ich klatsche einfach nur irgendwas drauf und denke mal, es wird schon passen. Und wie man sieht, äh, no, no it doesn't, no, no it doesn't. Ähm, aber das wollte ich euch erzählen. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe, aber ich habe ja meine Make-up-Pinsel, äh, habe ich, äh, verpatzt oder beziehungsweise die habe ich, ähm, die sind weggekommen. Äh, ich hab, nein, ich habe sie vergessen. Ich habe sie vergessen, äh, mitzunehmen. Und dann habe ich, äh, was habe ich dann gemacht? Dann habe ich eben welche bestellt von Kaya. Ich weiß nicht, ob die Review, nein, die wird dann erst später. Also es kommt noch eine Review dazu, äh, zu den ganzen Produkten. Ähm, da möchte ich wirklich eine einzelne Review dazu machen. Werde ich dann auch machen. Und, yes, so, das ist so ein bisschen, was so passiert. Also heute mein Make-up-Pinsel und da auch ich, äh, nee, heute ist ein schlechter Make-up-Tag. Und deshalb vloggen wir heute mein Gesicht. Was ich euch jetzt aber immerhin zeigen wollte, und zwar möchte ich euch was richtig Lustiges zeigen. Und zwar, ähm, habe ich, äh, bei Bubble Room, ich weiß nicht, ob man das in Deutschland und Österreich auch bestellen kann. Auf jeden Fall kann man das in Schweden. Und da habe ich, ich habe da einmal schon bestellt. Ähm, und ich muss dazu sagen, ich finde es, im Dunkeln geht es wieder. Im Dunkeln kann man so sagen, hm, no, it's, I'm, it's supposed to look like this. Aber wenn man im Licht geht, dann sieht man die Wahrheit. Ähm, und zwar, äh, habe ich mir eben dann ein paar Sachen bestellt. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch das jetzt einfach, äh, weil ich das euch zeigen möchte. Jetzt hatte ich die Sachen schon an. Nicht alles, aber ein paar Sachen davon hatte ich einfach schon an. Aber das ist egal. Ich wollte euch jetzt einfach mal zeigen, was ich da geshoppt habe. So, jetzt werde ich euch versuchen, das irgendwie zu zeigen. Hier haben wir einmal, und zwar, ich habe mir ganz viele Hosen bestellt. Und zwar ist es so, dass ich einfach keine Hosen habe. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo so hoch, ich lege das hier am Boden. Warte. Wir werden das hier so richtig schön platzieren. Die sind nämlich richtig cool, finde ich. Das sind nämlich so lockere Hosen, voll mein Stil. Sie sind so ein bisschen kürzer, das heißt, sie gehen jetzt nicht so, äh, zum Fuß runter. Also es wird so ein bisschen abgeschnitten. Aber ich finde die richtig cool. Ähm, und deshalb sind die auch, habe ich die einfach mitgenommen. Weil ich die richtig, ich wollte einfach Hosen. Ich habe, alle meine Hosen sind einfach, keine Ahnung, ich bin einfach, ich habe zugenommen, glaube ich. Ich habe zugenommen. Und deshalb sind viele, die ich mit 14 oder 15 gehabt habe, passen einfach nicht mehr. Ich muss das eher mal, ähm, einfach aussortieren. Das ist auch ein Set, was ich bestellt habe. Ich finde das so cool. Und zwar ist es eben so ein T-Shirt. Ich muss sozusagen, wie es angekommen ist, habe ich mir gedacht, okay, ich weiß nicht. Aber jetzt, ich habe es jetzt mittlerweile schon zwei oder dreimal schon angehabt. Und ich liebe es. Ich finde es ja voll toll. Vor allem zum Reisen oder so, ist es so bequem. Also sind dann, ich versuche das hier so schön hinzulegen. Äh, so. Also das sieht so ein bisschen vielleicht aus wie so ein Pyjama-Teil. Ist aber super angenehm. Und ich finde es super cool. Also mir gefällt das voll, voll gut. Ist voll, voll, voll meins. Finde ich voll cool. Und es ist so angenehm. Och, ist das angenehm. Und wo war ich denn jetzt? Und genau, also Hosen habe ich unbedingt welche gebraucht. Ich zeige euch noch, das ist das letzte Paar Hosen. Und zwar sind das ein paar so schwarze, wie heißen die so? Gott. So schwarze, wie heißen die? Oh Gott, so, wie sagt man dazu? Gott, mir fällt der Name nicht an. So hier Business Hosen. So, genau. Und zwar so sehen die aus. Die habe ich noch nicht angehabt. Wie man sehen kann, da hängen noch diese Schilder dran. Aber ich glaube, die wird auch richtig cute, denke ich mal. Also bis jetzt, also ich hatte jetzt eben das eine Outfit an, das andere und das auch noch. Also bis jetzt war alles ein Hit. Außer die, das habe ich ja noch nicht anprobiert. Aber die Größe schaut gut aus. Ist auch so ein angenehmes Material. Ist so stretch und so. Ich finde das einfach angenehm. Also mittlerweile, ich glaube, das ist, wenn man älter wird, dann möchte man nicht unbedingt zu seinen, also Problemzonen, hasse ich das Wort, aber seine, weiß ich nicht, seinen Bauch oder so nicht so unbedingt betonen, dass man das so reinpressen muss oder so. Weil früher kann ich mich erinnern, wie ich so 14 war. Da habe ich immer so Sachen angezogen, wo ich so bauchfrei und dann so richtig enge Hotpants, also sowas würde ich nicht mehr anziehen. Die, 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 die Tage sind vorbei. Ähm, ich würde mich auch einfach nicht drin wohlfühlen, aber ich meine, wie gesagt, jeder soll das machen, was er möchte. Aber ich mag halt eben solche angenehmen Hosen, das ist so voll meins. So, irgendwie bin ich gerade so voll aus Atem, so als hätte ich irgendwie so gerade Sport betrieben, obwohl ich hier nur herumspazieren euch das zeige. Aber hier auf jeden Fall ist der Rock, der ist ja toll, nicht wahr? Und zwar, ich habe nämlich geschaut, und zwar habe ich, ich habe keinen Rock mehr, der mir passt. Also ich habe, doch, ich habe so zwei oder drei Röcke, die mir noch passen, aber ich habe keine, keine Kleider. Ich habe ein Kleid gefunden, das hatte ich mit 15 an, das hat noch gepasst. Äh, das war auch in irgendeinem Video von mir, das hat gepasst. Nur, der Rest, es passt mir nicht mehr. Ich habe einfach nicht mehr die Figur, die ich früher mal hatte, es ist einfach so. Der Körper verändert sich, es ist so, es ist nichts Schlimmes daran. Ähm, und ja. Dann haben wir mir gedacht, ich brauche jetzt, der Sommer ist da, ich brauche Sommersachen. Vor allem in Österreich, ich meine, hier in Schweden geht es ja, weil es nicht so warm ist. Aber ich meine, in Österreich mit 40 plus, da kannst du halt nicht mit, mit einer langen Hose herumlaufen. Aber es geht halt einfach nicht. Das ist halt so warm und deshalb bin ich jetzt so froh, dass ich mir diesen Rock gekauft habe. Und ich finde den so schön. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht angehabt, aber ist der nicht traumhaft? Also ich finde der so schön. Richtig schön. Der hat eben diesen seitlichen Schnitt hier auch noch. Das heißt, das fällt dann, also voll schön. Also den finde ich echt, echt schön. Da freue ich mich schon echt an, zu probieren. So das Letzte. Und das muss ich jetzt, ich muss euch hier kurz mal hinlegen, weil ich muss das hier richten. Ich hoffe, ihr hört es mich noch, weil das Kleid habe ich gewaschen. Weil ich muss dazu sagen, wenn du so ein neues Gewand anziehst, die ersten paar Male, dann ist es einfach so, dass es manchmal ein bisschen riecht. Obwohl ich weiß, das hat jetzt niemand angehabt oder so, weil das ist ja online. Aber man soll es halt schon davor waschen. Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht, weil ich hier eben auf Urlaub bin und ich wollte das sofort anziehen. Aber jetzt habe ich wenigstens ein paar Sachen, also die zwei Hosen, oh Gott. Und dieses eine, also dieses Kleid eben habe ich halt gewaschen. Und das muss einfach sein. Das ist halt einfach, es riecht halt so chemisch. Und man weiß ja, was da alles für komische Sachen drin sind. So, jetzt versuche ich das hier irgendwie so schön aufzulegen. Ob mir das gelingt. Aber das ist so cool. Das ist wirklich cool. Ich wollte ja an und für sich, ich finde solche Kleider voll cool, ich wollte schon immer so ein Jeanskleid. Also nicht so ein Jeans, sondern so ein, wie heißt es, so ein Hemdkleid. Das ist jetzt das, okay, das sieht so schrecklich aus, wie ich das hier hingelegt habe. Aber das war so das Nächste, was ich zu dem hingekommen bin. Aber ich versuche das hier jetzt so, so irgendwie. Ihr könnt es irgendwie erkennen, es ist natürlich jetzt nicht so wunderhübsch hingelegt. Aber ihr könnt es ungefähr ahnen, wie es aussieht. Und ich finde das voll toll. Perfekte Länge, nicht so cool. Ich bin auch nicht mehr, also früher mit 14, 15, da habe ich so richtig kurze Kleider getragen. Ja, das ist halt nicht mehr das, wo ich mich drin wohl fühle einfach. Und deshalb, die Länge ist perfekt, voll schön. Ich finde, das kann man auch super im Herbst tragen, mit so Stiefeln und so Lederjacke. Also finde ich, das ist voll cool. Also das ist wirklich so ein Hitkleid, was ich gekauft habe. Da fühle ich mich so wohl drin. Es ist so angenehm. Es ist einfach ganz toll. Also das finde ich super. Also das ist, ich bin echt so zufrieden mit der Bestellung. Wenn online Gewand bestellen, bin ich immer so, oh Gott, oh Gott, wird das gut sein? Wird das mir gefallen? Man weiß es halt nicht. Du siehst es halt nicht. Wenn du in den Store gehst, siehst du das Produkt und dann weißt du einfach, okay, das ist ein angenehmes Material. Und die Länge und so, das siehst du halt online nicht. Weil ich meine, an diesen Models, die so 1,80 sind, hast du keine Ahnung, wie sieht das bei mir aus, wenn ich 1, oh Gott, wie groß bin ich, 1,68 oder was ich bin. Ähm, das ist halt, ja, das ist halt so einfach anders. Und deshalb bin ich echt zufrieden mit der Bestellung. Bin voll, voll toll. Ich werde, weshalb hat sich meine Abonnentin gewünscht, dass ich mal so einen Kleidungsroll mache. Das werde ich auf jeden Fall machen. Das ist auf jeden Fall in Planung. Finde das voll, voll cool. Finde die Idee auch richtig nice. Ähm, das werde ich auf jeden Fall machen. Weiß noch nicht, wo ich bestellen soll. Ähm, oder wo ich shoppen soll. Also, Zara ist bei mir halt ganz oben, weil ich Zara einfach voll cool finde, denen ihr gewarnt. Äh, vielleicht auch irgendwo online. Also, wenn ihr da irgendwelche Recommendation habt, könnt ihr mir das gerne wissen lassen, damit ich dann einen coolen Haul einfach, äh, euch zeigen kann. Aber das ist auf jeden Fall, das klappt. Also, der Haul ist auf jeden Fall super gelungen. Ich bin so froh mit der Bestellung. Für die ganzen Sachen habe ich 180 Euro gezahlt. Also, ich finde, das geht. Also, es ist halt schon viel. Also, ich meine, erstens ist es, ich meine, das sind fast 200 Euro. Das ist viel Geld, logisch. Aber ich meine, so, so, das ist echt super. Das da und das dann die Hose. Ich habe ja viel davon bekommen. Aber das ist auf jeden Fall das Gewand. Ich wollte euch das unbedingt zeigen, weil das eben, weil ich das euch eben zeigen wollte. Weil ich das einfach, ich finde, das ist so ein guter, gelungener Haul. Ich bin echt zufrieden mit der Bestellung. Hat super funktioniert, auch mit Lieferungen und alles. Jetzt war das natürlich in Schweden. Ich muss schauen, ob Bubble Room nach Österreich bestellt. Ich glaube, also schickt. Ich glaube, ich wollte das mal bestellen. Und dann ging das. Aber es ist viel, viel teurer gewesen wie in Schweden. Weil ich glaube, Bubble Room ist aus Schweden. Also, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber auf jeden Fall, das habe ich geschafft. Bin super zufrieden mit dem. Und das wollte ich euch nur zeigen. Jetzt werde ich schauen, was die nächste Frequenz im Blog ist. Ich weiß, es ist sehr, sehr durcheinander. Ich hoffe, er gefällt euch trotzdem. Und ja, werde ich schauen, was dann halt einfach beim nächsten Teil passiert. So, meine Lieben. Und zwar, wie ihr unschwer erkennen könnt, wenn ihr schon ein paar Vlogs von mir geschaut habt. Können Sie sehen, ich bin wieder in Österreich. Und zwar, ja, ich bin wieder zurück. Es ist alles gut gegangen. Es gab keine Probleme beim Fliegen. Und ja, es ist eigentlich alles gut gegangen. Und ja, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ich weiß, es war ein bisschen durcheinander. Also, das nächste Mal, wenn ich nach Schweden oder einen Vlog mache, versuche ich es mehr strukturiert zu machen. Es war sehr durcheinander. Aber es war so ein bisschen so ein Durch... Also, wie ist es in Schweden? So ein bisschen so Momente. Es waren Momente einfach. Es war keine Struktur dahinter. Das kann ich offen sagen. Aber es waren halt Momente und auch sehr viele schöne Momente, die ich sehr froh bin, dass die im Vlog dabei sind. So schau ich übrigens. Heute ist das Make-up gar nicht so schlimm. Aber Red Lips natürlich. I love them. Und ja, wie gesagt, ich war in Österreich. Es war... Es war toll. Also, es war in Österreich. Was rede ich denn? Also, ich war in Schweden. Und ja, wie gesagt, es ist durcheinander. Es waren tolle drei Wochen. Es waren, wie ihr gesehen habt, auch schmerzhafte drei Wochen. Also, Drama. Und ja. Aber ich würde jetzt sagen, eigentlich, ich quatsche jetzt nicht mehr so lange, sondern beende jetzt diesen Vlog und sage, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwie habt ihr ein weiteres Video von mir und könntest meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und dann würde ich mich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mal in die Kommentare. Nächster Vlog, Tipps. Ich freue, ich liebe es einfach von euch. Denn ihr könnt es mir aber auch gerne auf Instagram dennen. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss. Musik 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 Musik